Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie wir im Pausenraum über Fisch gesprochen haben Ich hoffe, du hast den Mann nicht umgebracht Falls aber doch, ich habe gehört Im Gefängnis kann man herrliche Kurse über Meditation und Buddhismus belegen Vielleicht hast du eine gute Zeit Bis bald, Sabine Wow, das ist gut Also ich liebe ihn nicht Aber man muss ihm etwas Positives sagen Ja klar, klar, ich würde auch gerne etwas Positives schreiben Aber er hat jemand umgebracht Vielleicht war es ein Unfall Ja, ich hoffe das Aber man sagt sich, dass er umgedreht ist, um den Typen zu schlagen Der Typ stand vor dem Club mitten auf dem Fahrradweg Ich finde das ätzend Stimmt, und es war ein viel zu billiger Laden für so einen Weil er reich war? Ja, ich habe auch gelesen, dass er reich war Naja, reiche Typen gehen manchmal in schäbige Läden Hast du die da gesehen, oder was? Naja, wie du weißt Ich habe gestrippt und war Sexarbeiterin Ich weiß, ich habe dich im Internet gesehen Du bist sehr gut Alle haben dich gesehen Okay, schreib was Okay, ich werde einfach schreiben Ich werde niemals unsere Gespräche über Fische vergessen Kann ich dasselbe schreiben wie du? Hat er mit dir auch über Fische gesprochen? Ja, einmal habe ich einen Fisch-Sandwich gegessen Und der flippte total aus Er war total verärgert Ich hätte den Fisch umgebracht Und Fische leiden Ich habe das nicht gewusst Okay, okay, das gleiche wie bei mir Bizarr Ja, ich glaube, er ist ein guter Kerl Aber er ist auch jezornisch Ja, er verliert manchmal die Kontrolle Ich hoffe, er überlebt das Ganze Ich weiß, ich müsste mehr an das Opfer denken Aber ich kannte diesen reichen Typen nicht Wen ich kannte, war Jonas Und um fair zu bleiben, meistens war er sehr charmant Und lieb Stimmt, einmal haben wir uns sogar geküsst Echt? Wir uns auch Echt? Das habe ich nicht gewusst Das bricht mir jetzt das Herz Mir auch Ich hasse dich Ich dich auch B conducted auf B An Untertitelung des ZDF, 2020